hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünfelder land ja was machen wir denn jetzt klär mal ab klär mal ab wie schnell der den roh daran kriegt weil ich und dann warte ich rufe den direkt mal eben an dann kann ich das ich trinke mal kurz einen schluck noch was so Ich hab ja da noch Sojabohnen drin, Mist. Volker? Jo. Nächste Woche wird der Rotter da. Das ist das schnellste, was geht. Ja, dann zack zu. Habe ich schon. Ja, gut. Ähm. Kann man gucken. Ja, ich werde dann jetzt nochmal kurz Mond verkaufen. Ähm, die 109 wäre auch erntereif. Da ist auch Mond drauf. Uiuiui. Treasure steht auf 127. Ja, dann fahre ich am besten direkt mit dem Trecker hoch zu deinem Feld, ne? Jupp. Gut, bis gleich. Tschö. Tschö. So. Ich denke, dass wir da einen ziemlich guten Deal hinkriegen. Ähm. Und ich werde jetzt dann, ups, ziemlich schnell mal gucken. Ähm. Dass ich so manche Sachen verkaufe. Ähm. Zum Beispiel den Johnny. Wenn ich den finde. Wo steht denn der? Ach, der war ja vorne hier mit den Eiern. Ähm. Gut. Also, wir haben uns ja geeinigt. Ähm. Mein Auto wollte ich verkaufen. Warte mal, wir machen das anders. Klingeling, klingeling, klingeling. Hallo. Jo. Volker Varuna, ja, hallo. Hallo, Varuna. Äh, könnten Sie ein paar Gegenstände bei mir abholen? Und ich würde Ihnen den Transport natürlich auch entgelten, äh, entlohnen. Ja, kann ich. Ich bin gerade nur, äh, noch am, äh, Wasserhundert gefahren. Aber danach machen wir das, ja? Ja, ich würde Ihnen dann durchsagen, was, beziehungsweise ich stelle Ihnen das, äh, wenn Sie bei mir auf den Hof fahren, rechts vor die Holzhalle. Okay. Äh, ist auf jeden Fall da, wo das schon dir steht. Ähm. Soll ich Traktor zum Aufladen mitbringen, oder, äh? Der Traktor fährt noch. Okay, gut. Also, Moment. Soll dann wohin? Ich guck mal. Wie bitte? Das soll wohin? Ähm, das soll, äh, exportiert werden. Gut. Ja, mach ich dann. Gut, danke. Tschö, ciao. Tschö. So, einmal John Deere. Düngestreuer ist nicht so wild. Hm, 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 hm. Das Auto noch. Und das war's, glaube ich, was es, was bei mir weg sollte. Ups, falsche Seite. Ähm, tup, 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 tup. Volker, war Ronaldo? Stefan Müller hier. Oh, Herr Müller. Von Ihnen hab ich ja schon lange nichts mehr gehört. Ja. Ja? Ich hab da mal zwei Sachen. Zwei auch noch. Die erste Sache ist, der Wind hat mich gerade gebeten, dass ich auch, weil ich so, 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 ihn sie gerade anrufen wollte. Äh, sie sollten mal mit dem Tankfass zu Wind fahren. Er ist fast alle. Oh, stimmt, der Drescher ist leer. Stimmt. Ja, danke. Und dann hätte ich noch eine zweite Sache. Und zwar hätten Sie rein zufällig noch eine Arbeitsstelle frei? Hm. Ähm, in welchem Bereich? Ähm, ja, dass ich zum Beispiel bei Ihnen mitarbeiten könnte. Ja, meinen Sie jetzt dauerhaft oder kurzfristig? Dauerhaft. Und was machen Sie mit Ihrem Hof? Den möchte ich gerne aufgeben. Oh, das ist aber schade. Ein schön Schälfchen. Ja, das ist zwar schade, aber wenn ich jetzt sehe, wie lange ich jetzt schon den Hof habe. Und ich lebe halt sozusagen gerade nur noch auf Kosten. Äh, der ist ungeschickt. Da müssen wir Kosten reduzieren. Ähm. Lassen Sie mich mal drüber nachdenken. Ähm, was machen Sie denn jetzt gerade? Im Moment stehe ich einfach bloß auf dem Hof herum, weil ich gerade keine Arbeit habe. Bei Ihnen zu Hause? Ja. Dann geben Sie mir mal ein halbes Stündchen. Ich komme mal gerade hoch. Ja. Gut, dann bis später. Ja, ciao. Tschö. Tschö. Alter, was ist denn da los? Der Nächste der Pleite geht. Das finde ich aber nicht gut. Das finde ich nicht gut. Ist aber auch ungeschickt für uns. Weil. Wo ist denn der jetzt? Äh, der ist ein bisschen ungeschickt für uns, weil der ist so weit weg. Wo ist denn der jetzt mit dem Drescher? Ah. Ah, da hinten. Okay. 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 und ich muss gleich noch mal weg ich muss mal kurz zum müller hochfahren auf sein hof alles klar kein problem bin gleich wieder da oder so gut dann machen wir uns mal auf den weg ich würde ungern den hof den schafhof hier verkommen lassen ganz ehrlich wir müssen wir müssen ein rettungspaket schnüren für den schafhof weil ich glaube der ist schon gewinnbringend zu fühlen aber es braucht sag ich jetzt mal ein bisschen strukturierte arbeit vielleicht und da würde ich eher ein rettungspaket machen oder ihn beraterisch unterstützen um den hof wieder auf vordermann zu kriegen wie dass wir den jetzt pleite gehen lassen ich kann die arbeitskraft sehr gut gebrauchen also das ohne zweifel aber ich will den hof halt nicht so bankrott gehen lassen ich glaube mit der schafsmilch und so mein klar es ist ein bio betrieb der hat sowieso immer ein bisschen schwerer aber ich denke man könnte daraus noch was machen so also wir fahren jetzt mal schnell hoch und dann sehen wir weiter ich bedanke mich an dieser stelle bei euch fürs zusehen wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like ab oder einen kommentar da schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten folge real farming ls 19 meets reality bis dahin macht's gut tschüss b